Hallo und guten Abend. Hallöchen, Frankfurt. Ah, Europa League, das trifft sich gut. Genau mit dir wollte ich heute reden. Ach ja? Was liegt dir denn auf dem Herzen, mein Lieber? Du, Europa League, du liegst mir auf dem Herzen. Oh, das ist so süß, Frankfurt. Tja, ich weiß ja, was du willst, Europa League. Tatsächlich, ja? Na klar, einen strammen Club mit Herz und nicht so einem Brause-Club oder irgendjemandem von der Insel. Vielleicht, wer weiß, du könntest da schon recht haben. Oh, ich hab ganz bestimmt recht. Europäisch flirten, das kann ich. Ist das so, Frankfurt? Ja, hab ich vom Hinteregger gelernt. Regel Nummer 1 beim Flirten mit dem Euroleague-Sieg, niemanden umgrätschen. Und Regel Nummer 2, den Kasten Bier erst nach dem Finale vernichten. Das hört sich doch vernünftiger an. Also, da bin ich gespannt, ob euch das gelingt. Und falls ihr noch Red Bull zum Mischen braucht, sagt einfach Bescheid. Ja, komm, mach nen Abflug, Leipzig. Daumen hoch und checkt euch gern meinen 2-Kanal ab. Ciao.